Schwere Verletzung Der SV Sandhausen verlor mit 0.1 bei Fortuna Dilldorf, doch das Resultat geriet zur Nebensache, ein Spieler der Sandhäuser verletzte sich schwer. Rechtsverteidiger Philipp Klingmann vom SV Sandhausen hat sich bei der 0.1 Auswärtsniederlage gegen Fortuna Dilldorf einen Schädelbruch zugezogen. Das hätten mehrere Untersuchungen in der Uniklinik Dilldorf ergeben, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Verein und Mannschaft sind mit ihren Gedanken bei ihm und wünschen ihm baldige Genesung, sagte SVS-Geschäftsführer Ottmar Schoak. Der 29-Jährige werde für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen noch in Dilldorf bleiben. Wann er dem SVS wieder zur Verfügung steht, ist derzeit unklar. Klingmann war bei der Partie am Freitagabend kurz nach der Halbzeit bei einem Kopfball-Duell unglücklich mit Dilldorfsk und Kiharaguchi zusammengeprallt. Der Japaner zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu und wird der Fortuna bis auf weiteres nicht im Training zur Verfügung stehen, wie die Dilldorfer am Samstag mitteilten.